Gorm, wozu sitzt du eigentlich im Krähennest? Sie sind gestrandet. Läuft doch prächtig, genau wie ich's wollte. Keine Sorge, Vicky. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Aber, Paps, von alleine kommen wir hier nie wieder runter. Selbst in einem aussichtslosen Moment gibt ein Wikinger niemals auf. Na dann los, alle zusammen, Wikinger. Bleibt euch in die Ruder! Volle Kraftfeuer! Bleibt euch in die Ruder! Volle Kraftfeuer! Lass nicht zu, dass euch der Mut verlässt. Thor, der Gott des Donners und der Blitze wird uns zur Hilfe eilen. Schade, dass wir unser Nebelhorn zu Hause vergessen haben. Was? Ihr habt das Nebelhorn vergessen? Ich hab was Besseres gefunden, Paps. Eine Moschel! Was für ein Glück, dass mein Sohn hier ist. Nur deshalb werden sie uns in Flacke hören. Mein Plan ist wirklich großartig. Jetzt fehlen uns diese Schiffsbrüchigen auch noch an, dass wir kommen und ihr Schiff hält. Oh, ein Schiff! Wir sind gerettet! Was habe ich euch gesagt? Thor beschützt die Schiffbrüchigen! Der Donnergott Thor ist uns hold! Er beschützt die Wikinger und ihr Schiff... Oh nein! Der schreckliche Sven! Er wird uns angreifen! Keine Sorge, mein Sohn. Die ewigen Regeln unter Seefahrern zwingen ihn, uns zu helfen. Och, meine Kiste! Ja, Kleinkram! Ich will die ganze Ladung! Sven! Du hast die Regeln gebrochen! Zieh wenigstens unser Schiff hier runter! Den schrecklichen Sven sind deine Regeln egal! Bleiben los!